Und hallo zurück. Wir haben den ersten Generator markiert und jetzt müssten wir schon den zweiten Generator irgendwo finden. Aber ich denke mal, der ist da, wo die Markierung ist. Ah ja, zerstören. Puh, muha. Das Freudenspiel muss man eigentlich nicht alle töten. Wo kann man eigentlich abhauen? Ein paar von euch haben sicherlich gehört, dass Sam Fischer hier irgendwo ist. Soweit uns das betrifft, ist das von keinerlei Bedeutung. Wenn dieses wundervolle Gerät losgeht, haben wir einen Job zu erledigen, den wir auch erledigen werden. Ne. Scheiße, Scheiße! Da war ein kleiner Glücksfall, aber egal. Ich dachte, da wäre nur einer. Los, los, los! Es ist Fischer! Sechs, sieben, los! Verzarte, weg! Negativ, die vierte! Der Kämpf, nicht sichere dich! Leere mich dem Kontakt! Du hast dich noch! Och, Mann! Ach. Naja, man kann ja nicht alles klappen. So, weiter geht's. Ähm, ja. Fällt mir nicht. Ich kann mich da jetzt auch einfach nicht durchschleichen. Ach, guck mal. So scheiße, verdammt! Da muss er sein! Er ist da drüben! Bereich gesichert! Scheiße! Er prüft diese Position! Klappe ist da drüben! Falsch gesichtet! Oh! Mist! Wir gehen rein, dreifach! Oh, Mann! Scheiße! Scheiße! Ist das so witzig? Findest du das lustig? Ja. Kann Fischer nicht sehen. Er hat uns gefunden. Scheiße, ich glaub das nicht. Brauche Verstärkung. Wiederhole. Brauche Verstärkung. Halt durch, bin auf dem Weg. Vorsicht, früher oder fällt uns noch der Hauk. Oh, scheiße! Wir brauchen! Fischer, Fischer, seid vorsichtig. Sicher diesen Bereich. Ich komm besser drüben. Gebe Feuerschutz. Die Anwalt! Mann, scheiße! Sie ist der Mist! Feuerschutz, bereit machen zum Angriff! Das reicht, Arschloch. Du bist erledigt. Es ist ein Ziel, was umgeregt. Gebe Feuerschutz. Wieso geht er aus deiner Deckung raus? Ich hasse es. Für wir, wobei man hat nichts geschafft, unglaublich. Das ist produktiv. So, einfach rein platzen. So, ich glaube, das sollte es gewesen sein. Ja, wenn man seinen coolen Spruch ablässt, ist das doch schon geregelt, Mensch. Ander geht der nicht, ander geht der nicht. Fischer, meine Auftraggeber haben zu viel Zeit und zu viel Geld investiert, um sich von Ihnen alles versauen zu lassen. Sorry, Sotter, es ist vorbei. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber hör mir zu. Grim hat mich losgeschickt, um Sarah abzuholen. Ich hab sie an Bord. Wir kommen zu dir. Dad? Was ist los? Mr. Kost hat versucht, es mir zu erklären, aber... Nur die Ruhe. Entspann dich, mein Schatz. Alles wird gut. Wir sind in einem Radio-Klasse. Ich brauche die Koordinaten vom zweiten Generator, wenn ich dir helfen soll. Ich versuche, dir den Funkverkehr von Francis durchzuleiten. Lass dich nicht umlegen, Halte. Ich glaube nicht. Ich habe mir erlaubt, das Feuer errichtet zu dürfen, Sir. Erlaubt mir zu helfen. Da ist er! Feuer frei! Jawohl, Sir. Vorsicht, Grenade! Oh. Ich versuche, die Schrappler. Schau! Ich bin der in den Arsch! Geh dahinter, Mann! Hm, ich muss mich aufreden. Was ist mit dem zweiten Generator? Boah, kriegt die. Wuhh! 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 Eine Sekunde! Passen Sie auf, Soldat! Wir dürfen auf keinen Fall den Generator treffen! Verstanden! Auf keinen Fall Generator treffen! Zurück! Wuhh! Wir können uns die Roggeln nicht herausfinden! Wir müssen sie durch. Da! Wuhh! 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 Oh, jetzt ist es halt da geschafft. Unmöglich gleichzeitig gesprengt. Oh, das große Wiedersehen. Ist es schön. Alle brav angeschnallt. Nächster Halt, 1600 Pennsylvania Avenue. Ist Grim dort. Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir nur gesagt, wo ich Sarah finde. Dann meinte sie noch, sie würde Reed aufhalten. Mehr weiß ich nicht. Wir werden ihr doch helfen, oder? Sie hat immerhin auf mich aufgepasst, als du fort warst. Sie hätte mir auch einfach eine neue Identität besorgen und abhauen können. Sie hat mich nicht im Stich gelassen. Und das werden wir jetzt auch nicht tun. Keine Sorge, Kleine. Wir sind auf dem Weg. Es wird nur etwas dauernd. Ich muss eine Route wählen, die nicht im Wirkungsbereich der EMP-Waffen liegt. Mein Gott! Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Furchtbar. All die armen Leute da unten. Reed, was zum Teufel hast du getan? Rakete! Rakete im Anflug! Sarah! Festhalten! Festhalten! Meine Annahme, dass es noch keine Flugabwehrstellungen beim Weißen Haus gab. Der wies ich als falsch. Power. Rick, alles okay? Ja, Sarah. Mir geht's gut. Dad! Dad! Du musst aufstehen! Komm, du musst aufstehen, Dad! Sarah! Sarah! Du bist okay? Gott sei Dank. Hat mir schon echt Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Zum Glück hat Rick uns heil runtergebracht. Hier! Warte mal eine Sekunde. Tja, soviel dazu. Hätte mir ohnehin nichts mehr genutzt. Glaube, die brauchst du nötiger als wir. Wo hast du die Feste her? Bei einem Hubschrauber. Der Rest ist hinüber. Raketen machen gründliche Arbeit. Ja, das hab ich gemerkt. Sam! Was machst du noch hier? Schwing deinen faltigen Arsch zum Weißen aus! Ich lass meine Tochter nicht. Hier, Vic. Sarah, kommst du da irgendwie vorbei? Dad, schon okay! Ihr passiert nichts, Sam. Wir sind sechs Blocks von meinem Büro weg. Meine Leute erwarten uns. Grim braucht deine Hilfe. Grim kann warten. Bei Sarah gehe ich kein Risiko ein. Dad, er hat recht. Du musst etwas unternehmen. Vertrau mir, alles wird gut. Wir sehen uns bald wieder. Ich verspreche's. Schick Leute zur Lobby. Vielleicht kommt er da durch. Schick Leute zur Lobby. Vielleicht kommt er da durch. Einfach alles was geschaut. Einfach alles was geschaut hat. ich werde ein bisschen übermütig man muss einfach immer auf den coolen Spruch erwarten dann weiß man ja, dass alle erledigt sind hier sieht man jetzt USA und Chaos, alles zerstört allein wegen dieser 4 EMP-Wunden, keine Elektronik mehr, nix mehr das sieht man wie hier sofort die Menschheit ohne Elektronik auskommen kann ohne Internet diese Stille diese ruhige, ruhige Stille, ist schon misstrauisch denn hier sieht man schon Leute die davon betroffen sind wenn man mal ein paar zu rufen haben sie längst mann ich hab vorhin Hamvis in die Stadt fahren sehen mit schwarzen Klamotten haben überall Straßensperren das ist nicht die Garde das ist Black Arrow oder so wir haben keinen verdammten Defi wir haben gar nichts jetzt mach weiter und eins und zwei und drei mehrere medizinische Mittel sind nicht da Herzschreplote, alles sind kaputt dadurch schon mehrere Menschen stoppt da tut eigentlich nicht für sie zu leben da sieht man wieder einmal wieder einmal aber er lebt nicht ich bin alles tot und redend, überall ich bin alles tot und redend, überall meine Frau ist da drin, ich muss sie rausholen du kannst nichts mehr für sie tun sie ist tot du wirst dich noch umbringen okay 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 Ich gehe nirgends hin. Oh, scheiße! Oh, 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 oh. Ich bin so übergegangen. Also, dann eigentlich dann auch nicht so schuss. Kein Sichtkontakt mit Ziel! Mist! Oh, das hört sich nicht toll. Nein. Hopp. Ah, da kommen noch mehr. Misha lebt und spaziert irgendwo durch die Straßen von Washington. Wir wissen alle, was der dauernd zeigt. Kontakt! Es ist Misha! Kann Gegner nicht sehen! Er ist entkommen und scheint auf die Milch hierher. Falls das schlimmen sollte. Hier ist die Entschluss. Negativ! Kann sie ihn nicht sehen! Nichts! Keine Spur vom Ziel! Keine Spur vom Ziel! Oh, was hat Dampf! Oh, Mann! Scheiße! Er ist tot! Joach! Der ist erledigt! So, jetzt bist du... Du schießt nicht auf mich! Haha! Er hat noch keinen Spruch abgelassen. Das weiß ich nicht. Er ist erledigt. Wo ist das Haus erledigt? Da ist glaube ich auch die finale Show, oder? Ich muss erst mal wieder alles aufstocken. Oh, Mann! Ich muss erst mal wieder aufmachen. Man kann ja auch die Daten abgeben, wenn es so gut geht. Und die spielt das nicht. Dann machen sie ihren Job nicht gerade gut. Ich habe Panik, alle haben Panik. Die hat jeder Panik. Schrei endlich still, Schatz! Wir haben doch gesagt, dass bald alles wieder okay ist. Ja, das sieht man ja. Das hat man ja ganz schnell geregelt. Ich sollte aufpassen. Dann müssen wir einfach loswerfen. Dann darf ich wieder weg. Ahhhh. Entschuldigung. Aber ich sehe... Verpiss ich. Aber ich sehe... Eben zählt schon vorbei. So. Und dann verabschiede ich mich. Wir kommen langsam ins Szenale. Ganz langsam. Jetzt noch zwei, drei Folgen. Ja, und dann geht schon richtig los. Naja, wir sehen uns dann nächstes Mal. Ciao! I!